Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und ich bin wieder für euch in Battlefesten unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Angelkisten-Opening. Und dafür habe ich mir wieder ein paar Säcke gesammelt. Insgesamt wollen wir nämlich wieder 20 Säcke aufmachen. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal durch. Bis jetzt hatte ich leider kein Glück. Ich glaube, ich habe 80 Säcke oder so bis jetzt aufgemacht. Die Drop-Chance ist aber auch mies, 0,3 bis 0,5%. Sowas sagt zumindest WoW-Head. Jo, hier unten haben wir schon mal 20 ausgesondert. Starten wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5. Oh boy. Oh boy, die ersten 5 waren schon mal nix. Komm, dann gleich die nächsten. 1, 2, 3, 4, 5. Lustig, die einen Säcke gehen hier auf, die anderen direkt, wenn ich drauf drücke. Was aber nicht lustig ist, dass wieder kein Loot drin ist. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, irgendeinen Angelhut bekommen, der mir leider nichts bringt. Und eine Quest, eine mysteriöse. Ich habe mittlerweile danach geguckt gehabt, ne. Das ist irgendeine so eine MOP-Angelquest. Ich glaube, die bräuchte ich nicht machen. Irgendwas Uninteressantes. So, hier. Bitte gib mir eine Angel. Oh man. 5 Säcke haben wir noch. Was war da drin? Da war irgendein Pad drin. Uh, ist das was wert, das Pad? Jetzt gucken wir mal, was das Pad hier wert ist. Äh, Sandkriecher, irgendwas, dass ich wenigstens zumindest irgendeinen Nutzen draus habe. Ah, das sehen wir jetzt leider nicht, ne. Weil ich, weil ich gerade mit dem zweiten Account was anderes am Basteln bin. Aber das ist wahrscheinlich auch nix wert, schätze ich mal. Sandkriecher. Können wir hier irgendwo drüber fahren? Ne. Äh, ich habe leider das Addon nicht mehr drauf, dass man die Goldbeträge sieht. Ich kann es aber kurz mit dem zweiten Account mal rausnehmen und euch es dann sagen. Sandkriech. Ne, Strand, nicht Sand. Ah ja. Strand, okay. Packen wir es mal in den Käfig. Und was sagt es? Ah, 385 Gold, regionaler Verkaufspreis. Okay, das ist es definitiv nicht wert. Knappe 400 Gold. Jetzt hoffe ich, dass ich noch eine Angel bekomme. Komm, Angel. Angel. Gib mir eine Angel. Schon wieder diese Drecksquest. Nein, ich will eine Angel. Nein, der Hut ist halt schon wieder drin. Gib mir halt einfach eine Angel. Ach, komm. Fucking 100 Kisten oder 100 Säcke haben wir jetzt aufgemacht und wir haben noch keine Angel. Es dauert vielleicht schon immer ein bisschen, diese Säcke auch ranzuschaffen. Dann musst du jedes Mal die Daily machen. Ja gut, ne. Hier, krasses Pet. Ein Angelhut haben wir gekriegt unter die Quest, die wir nicht haben wollen. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Gut, das war mal wieder eine Nullnummer. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich wieder genug Säckchen zusammengefarmt habe. Euer Tla, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao. Zähl. Tla, bis zum nächsten Mal. Dann ja, bis zum nächsten Mal. Los shooten. Bis zum nächsten Mal. Und mit сказen, bis zum nächsten Mal. Hier Straßeとか war Toppa. sadness nicht Crowther.